So, das ist ein Dauer-Aufgleich wieder. Und irgendwie? Ist das kaputt? Wir sind in der Runde in Teil 3, ich habe Teil 2 nicht mitbekommen. Okay. Wir haben hier ein Portal. Da haben wir schon irgendwo hier auch noch mal ein Portal. Wahrscheinlich ist hier ein Portal, ich wette damit. Aber ich sehe da ein Portal. Translation do not enter. Oh, das ist mir mal auch nicht. Ah, wie ich mir gedacht habe. Super. Das ist ein Kisten. Welches ist das? Hallo. Kann ich rüber? Okay. Einfach so. Okay. 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 Auch Waterarme. Oh, ich würde sagen, dass hier ein bisschen demodiert ist. Wir haben hier ein Portal. Wir haben eine Leiter. Können wir die hoch? Das ist ja... Das ist jetzt... Bullshit. Hm. Wir könnten nochmal zurück... Aber ich glaube, wir müssen noch da... Oder? Oder? Wir haben mal drauf. Wo... Wo... Ähm... Wo wir Schwung annehmen können. Und hier drauf? Und hier drauf? In das Portal Flächen. Nein. Also brauch ich da auch nicht drauf. Das Orange ist da. Ja, dann ist das Pferd dort. Pfff... 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 Wo wollen wir den jetzt hin? Ich bin ja das zu... Mach nie. Das werde ich jetzt zu bringen. Ich ziehe es natürlich noch nicht. Schossen. Schossen. Ich habe keine Portalflichung. Einigermaßen... Schwung aufzulegen. Gucken wir mal. Was wird sich hier finden lassen? Wir haben diese Plattform Wir können theoretisch nochmal zurück, aber finden wir es kurz noch Hallo? Spiel? Also, ich habe die Möglichkeit Oh! Komm! Nein Nein Wir müssen jetzt mal weiter Aber wir müssen jetzt mal weiter Hey! Der Boden ist ziemlich kalt hier! Ja? Wund? 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 Hey! Hey! Over hier! Hey, Mel! Schön, zu endlich sehen Sie! Es ist ziemlich kalt hier, doch Du solltest die Power aufbauen, damit wir die Lichter arbeiten können Es gibt mehr Offices auf der anderen Seite der Doppeldecke Check da Turn die Power aufbauen Erstens, dann mich aufbauen Ich weiß, es ist schon seitdem du eine Firma hatte Aber, äh... Zwei Minuten? Ich versuche, ich werde nicht mehr gehen Okay Sicher? Willst du mir nicht noch was sagen? Okay Okay Also, das ist mal noch oben hier Ah, das ist doch okay 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 . . . . . . Cool. Ich suche jetzt mal eine Portal-Fläche. Kann ich die Zängst durch einfach so? Gut. Ich gehe mal davon aus, dass ich jetzt sterbe. Wenn ich da reingehe. Ich lasse nochmal cave pflanzen. Dies sind kleine portalfähigen Wände. Na komm, probieren wir es einfach mal. Okay. Hätte man es nicht denken können. Aber ich habe mich wohl... Ne. Es gibt doch sicher ein Achievement für. Es gibt was für Dumme, halt immer noch ein Achievement. Jetzt habe ich ein Problem. Ich habe jetzt immer noch keine Ahnung, wo die Portal-Fläche sein kann. Die kann ich auch nicht rein. Die kann ich auch nicht rein. Und dann glaube ich aber auch nichts bringen. So. Ja. Wie hier ist. Ich bin nur noch dran, wie das ist. Ich kann auch nicht wissen. Ich habe eigentlich sowieso geschlossen. Ich habe. Ich habe es nur noch gewonnen, ich bin mit. Ich habe es nicht gewonnen. Alright, I know what you're thinking. Hey, Mr. Virgil Core Guy, how were you able to control everything and see everything in the old testing facility? Well, one simple answer. Wi-Fi. I'm fully Wi-Fi capable. Anyway, take me over to the elevator control room. There's a management rail I can use to get back up to the enrichment center. Oh, and I... I can also get an elevator for you. Okay. I can see his first blows. Let's see, it's not so cool, it's not going to be right there. I don't think it's cool. I don't know. Is this here? It's not so awesome. Okay. Ich kann mich jetzt auch nicht loslassen. Oh. Snacks. Okay. Ich meine, hier werden ziemlich viele Orte, wo ich nicht hin muss. Äh. Äh. Du siehst es aus, als ob ich dich... Mal gucken gehen. Luki, Luki gemacht. Man kann ja nie wissen, was hier alles so schön aus ist. ELEVATOR CONTROL. Natürlich kann ich dich jetzt nicht betätigen, oder was? Ah, much better. Good to be back on track again. Let me go back here and, uh, get your elevator, so we can get out of here. Yes. This should help. Th-that wasn't me. I think. Detecting security override in subbasement 26. Generator override command initiated. Uh, override generator override command. Error. Error. Scanning for lifeforms. Unregistered lifeforms detected in facility. Commencing termination program. Three targets acquired. One organic. Two mechanical. Well, at least I can get you out of here now. Don't worry about that voice on the intercom later. I'll meet you upstairs. Toxic contaminant level from testing track. Levo Whisky rising. Time to contact with Enrichment Center. To be determined. Flooding procedure commencing. Ja, kommt mir was. Na, muss ich dich nicht noch mitnehmen. Hallo? Wann gehe ich jetzt zum Lift? Natürlich kann ich hier nicht vorunter springen, oder? Das sind zumindest total fehlige Wände. Ah, endlich wieder diese Technik, äh, kennen wir ja gar nicht, wir sind aus 1950, wir kennen uns damit doch nicht aus.